Zwei Sechster sind, das werden wir gleich mal in aller Ruhe zu gemütlich führen. Vorbei drin, also Suku, Königs und Freier. Es bleibt dabei, dass offensiv eine Menge gehen soll beim FC Amtler. Das ist so ein bisschen abgegangen, gerade im zweiten Durchgang in Tokio. Mal schauen, ob die Leute mit dem Felsenrücken gelingt, damals wie heute...